Wir haben in unserer Gesellschaft viel Freiheit erlangt. Also zum Beispiel Homosexualität. Als ich klein war, durfte kein Lesbenpaar Hand in Hand durch meine Stadt gehen. Wir haben Homosexuellenrechte, Frauenrechte erkämpft und so weiter. Und die letzte Bastion ist Cannabis. Und ich kann auch nur an alle appellieren, die selber möglicherweise gar keinen Bock auf Cannabis haben, weil sie mal gekotzt haben, weil es nicht ihre Droge ist. Sie haben aber auch die verdammte Verpflichtung, sich für die einzusetzen, die aus liberalem Denken heraus Cannabis rauchen wollen. Ich bin nicht schwul gewesen, ich habe mich trotzdem für Schwule eingesetzt. Ich bin auch keine Frau, wie man sieht. Ich habe mich trotzdem für Frauenrechte eingesetzt. Und das müssen wir einfach hinkriegen. Ich fordere auch alle auf, bei den nächsten Hanf-Demos bundesweit mitzugehen, da hinzugehen. Ich kiffe zwar nicht selber, aber ich kämpfe für das Kiffen meiner Freundin. Der geht es dabei gut. Ja? Ja? Ja, das ist ein bisschen anders. Ja? Ja, das ist einfach gut. Ja? 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 Ja?